Herzlich willkommen zu Dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von digitalen Winkelmessern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst Du Dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Winkelmesser bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir Dir alle drei Varianten verlinkt, sodass Du eine gute Kaufentscheidung für Dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Bosch Winkelmesser PM Stell Dir vor, Du arbeitest an einem Projekt, bei dem es auf jeden Millimeter ankommt. Der PAM bietet integrierte Berechnungsfunktion für Gehrungs- und Ergänzungswinkel. Das bedeutet, Du kannst präzise Winkel messen und berechnen, ohne stundenlang herumzuprobieren. Mit der Schenkelverlängerung, die einen Maßstab enthält, kannst Du auch schwer erreichbare Ecken genau vermessen. Schluss mit Schätzarbeit und ungenauen Ergebnissen. Die präzise Winkelmessung dieses Geräts ermöglicht es Dir, effizienter zu arbeiten und Zeit zu sparen. Keine unnötigen Fehler mehr, keine Nachbesserungen. Und vergiss nicht das Display mit Hintergrundbeleuchtung. Selbst in schlecht beleuchteten Bereichen behältst Du den Überblick und kannst die Messungen problemlos ablesen. Um es auf den Punkt zu bringen, der Bosch Winkelmesser, PRM, ist der unverzichtbare Begleiter für Profis und Hobbyhandwerker gleichermaßen. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst Du den Winkelmesser auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächsten haben wir das Bosch Professional Digitales Winkelmessgerät GAM 220 MF. Das Bosch Winkelmessgerät GAM 220 MF ist der wahre Champion für jeden, der mit Winkeln zu tun hat. Stell Dir vor, Du könntest Winkel bis zu 220 Grad messen und das mit einer Genauigkeit von ±0,1 Grad. Kein Raten, kein Fehlgehen, einfach pure Präzision. Was dieses Gerät besonders macht, ist seine Fähigkeit, automatisch einfach und Doppelgärungswinkel zu berechnen, ohne dass Du extra Werkzeuge benötigst. Das spart Zeit und Nerven. Und wenn Du oft die gleichen Winkel benötigst, kein Problem. Das GAM kann Winkel speichern und Du kannst sie jederzeit blitzschnell abrufen. Mach Dir keine Sorgen um die Haltbarkeit, denn dieses Teil ist robust. Es ist IP54 zertifiziert, also geschützt vor Staub und Spritzwasser. Du kannst es bedenkenlos in verschiedenen Arbeitsumgebungen einsetzen. Um es auf den Punkt zu bringen, dieses Winkelmessgerät wird Dein Leben einfacher machen und Deine Arbeit präziser. Alle weiteren Infos zu diesem Winkelmesser kannst Du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letzten möchten wir Dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Stabila elektronischer Winkelmesser, vorstellen. Für all diejenigen, die Präzision in ihrem Handwerk schätzen, ist der Stabila ein echtes Juwel. Dieses vielseitige Werkzeug ist ein Must-Have für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Mit einer erstaunlichen Genauigkeit von plus minus null. Komma eins Grad liefert Ermessungen, auf die Du Dich verlassen kannst. Die digitale Anzeige mit dimmbarer Beleuchtung sorgt dafür, dass Du die Ergebnisse in jeder Umgebung problemlos ablesen kannst. Hier steckt mehr drin, als Du erwartest. Die REF-Funktion ermöglicht Dir das einfache Speichern und Übertragen von Referenzwinkeln. Die Hold-Funktion ist perfekt, um Messwerte genau festzuhalten, auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Anzeige der Winkelhalbierenden ist ideal für präzise Gehrungsschnitte. Mit der Lock-Funktion kannst Du Winkel sicher übertragen, ohne dass sie sich versehentlich verstellen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminiumprofil und Qualitätslibellen kannst Du sicher sein, dass dieser Winkelmesser Dir lange Zeit gute Dienste leisten wird. Er schaltet sich automatisch nach 60 Minuten in Aktivität ab, um Batterielebensdauer zu sparen und ist somit äußerst benutzerfreundlich. In der Welt des Handwerks kann Präzision den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Projekt und einem Meisterwerk ausmachen. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten Dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls Du immer up-to-date bleiben willst, kannst Du gerne ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Deinem neuen digitalen Winkelmesser.